Lustige Windeln – eine zufällige Adult-Baby-Begegnung Es ist ein zufälliges Aufeinandertreffen zweier ABDLs in der Apotheke, welches die beiden unverhofft zu Kakao und Kaffee in die angrenzende Cafeteria führt. Bei so viel Sympathie füreinander lässt eine Verabredung zum zärtlichen Rollenspiel mit Schnuller und Windeln nicht lange auf sich warten. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen